ähm hallo und herzlich willkommen haben die das immer noch nicht gefixt also sonst hat man immer ihren hintern gesehen äh ja ich spiel hier mal das gespenst schon lange nicht mehr gespielt weil ich hab ein bisschen probleme mit dem hören habe daher mal gucken wie das so funktioniert ich habe außerdem ein perks dabei ich bin ganz ohr überladen trifft eine wahl ähm und auflösung da war gerade eine fengenman sie hat flink ich bringe sie runter schade ich sag ich hab so ein bisschen probleme mit dem hören hä sie ist noch da oben oder boah ich bin so irritiert es tut mir so leid da unten am chen ist jemand ich sag ich kann das gespenst eigentlich überhaupt nicht so wirklich deswegen gehe ich jetzt aber mal zu diesem chen da hinten hin ja komm gib mir den hit einmal da da so jetzt guck ich mal ob ich das mit dem phrasen hinkriege ne krieg ich nicht hin da ist doch noch jemand ja ich krieg das einfach nicht ja ich krieg das einfach nicht da hui hab ich nicht das war auflösung und dann werde ich gegen diesen chen treten schutzüberladend rauspacken und abhauen damit trifft er in der walt ich will gern kann ne da hör ich nix ja da hat jetzt ne fengmin geschrien ne da ist die fengmin jo alles klar Blink okay aber ich hab noch harte äh ging's übrig hab ich dich so das Bild fällt mir echt verdammt schwer also wirklich sehr schwer und dann nicht ja hab ich gefürchtet weil wie gesagt das Bild und ich das funktioniert nicht so gut ja der wurde nicht wieder angefasst okay Mama da das war jetzt die Magna war das die Magna ich glaube ja ja da na gut ich bin eh schon verletzt warte warte nimm ne hat sie nicht okay komm mit direkt da an den Haken hallo den mach ich weg oh man ey ich tue mal so als hätte ich die nicht gesehen hi ich hab gedacht die fällt drauf rein aber hat sie leider nicht oh das ist aber nett dass du mich hier runterführst ich hab dich gesehen überladen drauf auf da ist sie rennt hoch da ist die gute Magna mal gucken ob ich das hinkriege ich glaube fast nicht ah doch hier hab ich nicht okay okay da hat es jetzt überall gekracht wird überladen glaube ich auch noch einen Haken gehe ich mal da runter wieder ist auch noch eine Palette die zerstört werden will äh zerstört doch oh kann ich wieder überladen drauf ok so Palette weg kann sich ja alles noch zum guten wenden mal schauen wo ist die Fingmen hin ich weiß es nicht ich weiß es nicht da überladen wieder getriggert die hatte ich noch gar nicht glaube ich oder hatte ich dich schon mal hab ich dich auch flink da waren wir beide jetzt auch ein bisschen verwirrt jetzt sind wir in die Arme gesprungen sehr schön ja der Chender unten ist fertig aber ich mach doch jetzt ganz gut Haken ich hab alle vier äh gehabt ist doch auch ganz schön da dann dann haue ich da wieder überladen drauf die auch mal zu dem Chender hinten gucken ich hab jetzt natürlich hier so ein kleines Dreieck bei den ganzen Generatoren da die Fingmen wieder gerettet ich muss nur gucken wo sie hinlaufen ich geh mal da rein da hat Dingens wieder überladen getriggert das tut mir echt sehr leid wie gesagt Spirit und ich da ist die eine Mech ich möchte aber nochmal überladen drauf klatschen da ja mal gucken oh okay die geht zu weit weg von meinen Generatoren der geh ich jetzt nicht nach ja bei dem sitzt jemand da war jemand da war jemand okay dann haue ich erstmal Dingens drauf dann geh ich zu dem Generator da hinten mal gucken nope ist jetzt keiner dran da war wieder jemand der Gen ist so gut wie der auf Null ja dann bis ich jetzt selbst so ein Dreieck gebaut und jetzt wird überladen ist es für die natürlich sehr schwierig aber die gehen alle so weit weg ich möchte nicht so weit weg gehen ich möchte hier schön meine drei Gens jetzt mal da drin gucken kann natürlich sein dass jemand den Skid-Check getroffen hat ja tatsache Feng Feng Min die Feng Min hi 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 so so da hat sie schlau gemacht auch gerade neben auch gerade neben ja keine Ahnung aber auf jeden Fall kommst du mit bitteschön da wurde der Skill-Check auf jeden Fall getroffen von der guten Kate von der guten Kate von der ich jetzt nicht weiß wohin sie gerannt ist doch da hi ich würde gerne jetzt mit oh die hat aber wahnsinnig schnell geheilt what the heck okay ich hab gesehen dass ich da rein das ist jetzt aber du bist nicht die die ich haben möchte okay ich hab gesehen dass ich da rein du bist auch noch mal ein Hit ab jetzt wieder zurück zu meinen Gens sind zumindest alle verletzt bis auf die eine Make wo ich keine Ahnung hab wo die jetzt hingegangen ist der geht noch zurück der ist komplett zurück jetzt geh ich noch mal zu dem Gen denn es zieht sich jetzt natürlich ein bisschen der ist noch gar nicht bearbeitet worden da ist sie nö ich folge dir nicht nochmal dagegen ich weiß dass da drin auch noch mal jemand war ja da höre ich jemanden guten Tag war zwar nicht die die ich gehört habe aber okay wo ist die hin? wo ist die hin? Mann die rennt so weit weg nein möchte ich nicht da sitzen die wieder ja Mann die G-Checks treffen ist jetzt natürlich ne ja G-Checks verhauen auch verhauen oh man das wird echt ein Endlosspielen hier komm her Mech 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 und geh nochmal zu diesem Gen Koken Aber ich glaube, jetzt kriegen wir den durch, weil, ja, die Treffen-Ski-Checks ist immer besser. Und wieder geknallt. Guten Tag. Aber ich kann jetzt nicht dauernd zu den Chants zurückgehen, die... Weiß, die Palette ist schon weg, meine Gute. So, hab ich dich. Kannst natürlich sein, dass wir jetzt nicht schon durchkriegen, aber dann ist das so. So. Ich erstmal zu dem Generator, der ist ja dran. Kein Schade. Hallo? Dieser Trick funktioniert nicht jedes Mal, Fräulein. Geht noch nicht zurück zum Tunneln. Lass mal außen rum. Kein Schade. Da ist ein wohntotter. Alles klar. Deswegen haben die sich immer so schnell geheilt. Kein Schade. Er kommt, geht raus. Okay. Ja, Feng Min. Es tut mir leid, aber... Den einen Kill gönne ich mir jetzt. Dankeschön. Ich bin sehr nett von dir. Das weiß ich sehr zu schätzen. Nein. Na ja, einen Kill haben wir gekriegt. Die Aufgabe habe ich jetzt auch endlich geschafft GT overplayed auf jeden Fall Also die haben echt gut gespielt Dann hoffe ich mal, dass die Runde euch gefallen hat Und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüss Tschüss